ARD Text im Auftrag von Funk Schon hart. Was? Na, dass du so ein Dorfmädel bist. Schon? Was macht denn dein Kopf? Das sieht übel aus. Passt schon. Erstmal den anderen sehen sollen. Habe ich, der hat keinen Kratzer. Jo. Schön gestern. Mhm. Bis die Affenacht losgemacht haben. Ich meine letzte Nacht. Ja. Fand ich auch. Soll ich mir das irgendwie holen? Kannst du mal zu mir nicht abkommen in die Hose. Hm? Vielleicht. Ja. 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 Bis zum nächsten Mal.